Biostar reinigt, poliert und schützt alle Oberflächen und garantiert exzellente Ergebnisse. Biostar lässt nicht nur ihren Diamanten glänzen, sondern entfernt jeden hartnäckigen Schmutz mühenlos von allen Oberflächen. Biostar ist ganz einfach anzuwenden. Schwamm befeuchten und leicht auf den Biostar reiben und den Schwamm zusammendrücken, damit der Reinigungsschaum entsteht. Die schmutzige Oberfläche reinigen, mit einem feuchten Tuch den Schaum abwischen und mit einem trockenen Tuch nachpolieren und alles glänzt. Biostar vernichtet jeden Schmutz. Dank seinen natürlichen und biologischen abbaubaren Inhaltsstoffen ist Biostar eine unerlässliche Reinigungshilfe im Haushalt und Hotelgewerbe. Geeignet zur Reinigung und Pflege von Stahl und Aluminium und euren wertvollen Schmuck. Biostar kann für die Reinigung von Silber, Gold, Kupfer, Messing und Zinn verwendet werden. Aber nicht nur. Biostar ist auch umweltfreundlich, da er aus 100% biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen besteht und hinterlässt nach jeder Anwendung einen angenehmen Zitronenduft. Geeignet zur Reinigung von Herdplatten und Backöfen. Innerhalb kürzester Zeit glänzt deine Küche wie nie zuvor. Biostar kratzt nicht. Mit Biostar kann man auch die empfindlichsten Oberflächen wie Glas, lackiertes Holz, Keramik und glattes Plastik unbesorgt reinigen und pflegen. Den feuchten Schwamm leicht mit dem Biostar reiben und zusammendrücken, sodass der Reinigungsschaum entsteht. Den schmutzigen Topf reinigen und mit einem feuchten Schwamm nachwischen. Das Ergebnis ist garantiert. Keinen hartnäckigen Schmutz mehr. Fast wie ein Wunder. Das Badezimmer und Waschbecken werden immer strahlend glänzen. Schluss mit chemischen Produkten. Schluss mit überflüssigen Spesen. Mit Biostar spart man 50% auf herkömmlichen Reinigungsmitteln. Ein einziges Produkt für alle Oberflächen. Umweltbewusst reinigen und gleichzeitig ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Und der Schmutz ist weg. 100% biologisch, 100% Ergebnisse. Biostar, der Star zwischen den Reinigern.